Ja, hallo, mein Name ist Volker Schiebel. Ich begrüße Sie mal wieder recht herzlich bei mir in meinem kleinen Video. Ich befinde mich hier heute in Hechingen in meinem Wohnort, im momentanen Wohnort. Wir haben hier eine sehr schöne Burg, die Burg Hohenzollern. Die sehen Sie hier oben im Bildausschnitt. Gerne liefere ich nachher auch mal ein paar Großaufnahmen. Ja, und ich wollte einfach mal heute über mich selber sprechen, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, was ich in Zukunft vorhabe. Und ja, fang einfach mal direkt an. Wie gesagt, ich heiße Volker Schiebel, bin mittlerweile 40 Jahre, allerdings jung, nicht alt und insofern noch relativ viel Zeit vor mir, um wirklich Sinnvolles zu machen. Wo ich auch genau beim Punkt bin. Ich habe ursprünglich mal einen kaufmännischen Beruf erlernt, in dem ich aber nicht wirklich sehr glücklich wurde. Ich war mir in diesem Berufsfeld, das insbesondere im Beratungswesen war, im Steuerbüro, knappe sechs Jahre insgesamt verbracht, inklusive der Ausbildung. Und bin dann in verschiedenen Facetten, in allen möglichen Berufsgruppen umhergewandert, wobei die sich fast alle im kaufmännischen Bereich abgespielt haben. Unter anderem von der Versicherungsfinanzierungsvermittlung über die Unternehmensberatung bis hin eben auch zum freien Buchhalter. Und diese Tätigkeit habe ich durchaus am längsten eigentlich ausgeübt. Und hat sehr viele Vorteile, hat aber auch entsprechende Nachteile. Und ja, wie es so kommt in der Zwischenzeit, habe ich mich sehr stark aufs Internet eingesporen, weil ich einfach finde, in diesem Bereich sind maximale Chancen da, auch als Einzelkämpfer und gerade als Einzelkämpfer. Ja, und ich möchte einfach Ihnen in Zukunft auch einige Wege aufzeigen, welche Möglichkeiten auch sich für Sie bieten. Ich selbst bin schon lange interessiert, Internet interessierter und habe auch sehr viele Möglichkeiten und Programme und Ideen getestet. Habe auch sehr viele Möglichkeiten des Online-Marketings und Vertriebs angeschaut, mitgemacht. Und habe einfach für mich selbst erkannt, dass es sicherlich einer der großen Vorzüge ist, wenn man im Internet tätig ist, einfach die Zügel in der Hand hat. Für mich war immer wichtig, alles was ich mache, möglichst in eigener Regie zu tun. Selbstverständlich kann man bestimmte Aufgaben und auch Tätigkeiten auslagern. Aber für mich war immer wichtig, alle Fäden in der Hand zu haben und alle Möglichkeiten eben auch selber auszuschöpfen. Ja, so bin ich im Prinzip in sehr vielen Bereichen des Internets herumgewandert. Habe sicherlich auch in der Zwischenzeit einiges an Lehrgeld, wie man so schön sagt, gezahlt. Und möchte einfach meine zukünftigen Kunden, User, Partner, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, einfach vor vielem bewahren. Allerdings auch eben möglichst jedem nahe bringen, wie kann er denn am schnellsten im Internet Geld verdienen. Jetzt ist es natürlich so, im Prinzip schnell Geld verdienen im Internet, wird natürlich an jeder Hausecke, lapidar gesagt, propagandiert. Und das ist bei Leiwe allerdings komplett anders. Aus meiner Sicht, es gibt nur wenige, wirklich wenige, die es von 0 auf 100 schaffen, weil einfach natürlich auch im Internet ein Riesenmarkt besteht, der natürlich täglich wächst, gar keine Frage. Der aber auch natürlich täglich gleichzeitig von sehr vielen Nachahmern und Gleichinteressierten fast schon beackert wird, muss man sagen. Und es ist eigentlich eine komplette Strategie notwendig, um sich von der ganzen Masse abzuheben. Ja, und in diesem Sinne möchte ich gerne auch für Sie Möglichkeiten schaffen, wie wir in gemeinsamer Regie diesen Markt zu mindesten Bruchteilen erobern können. Und durchaus realistisch natürlich auch einen Teil in diesem Stück vom Markt zu haben, der einem natürlich auch irgendwann den Lebensunterhalt ermittelt.